hallo leute und willkommen zurück zu csco case.com wir machen jetzt weiter ja wenn wir hier sind wenn sie noch auf der wenn ihr auch mal spielen wollt gleich von weg und den code angegeben sich so bekommt du das ist und ich auch ja ich würde sagen wie liegen es los er mir letzte folge hier die auge gewonnen verkaufen aber wieder mit gründen aber wird sagen wir spielen jetzt bisschen weiter hier noch mit 200 jahren hatten wir die letzte folge ein bisschen glück mit der 200 vielleicht noch was raus ich glaube sie ehrlich gesagt nicht raus hätte ja sein könnte ok ja schön das geht natürlich und und mal 1 mal zwei wir machen noch 200 600 können wir noch mal 200 setzen dreimal dann war es auch gleich schon wieder wenn wir nichts gewinnen ja war es doch leider ziemlich schnell gerade echt schlecht aus haben wir noch eins ein spinnen und da stemmt der so ein idiot sein code in den chat und dann machen wir jetzt hier nein ich würde nicht übersetzen so ja ja und das war's dann das ist echt nicht so gibt aber nicht gehen lassen das war es will mal eine der folgen wir haben nichts gewonnen wenn man alles verloren na gut es ist mir eigentlich auch das ist schade ja aber will ich zu ändern hoffe es trotzdem gefallen gleich und aber wäre nett sie ist auch nicht morgen wieder mit gambling schönen montag noch ja an ja an